Hallo meine Lieben, ich bin es euer Thomas aka Sparkojute. Heute geht es in diesem Video darum, an welcher Börse kaufe ich Aktien. Das hat den einfachen Grund, dass einzelne Aktien an verschiedenen Börsen gelistet werden können und es da einfach gewisse Unterschiede gibt. Bevor wir aber mit dem Thema beginnen, möchte ich erwähnen, dass etwa 60% von euch, meine Lieben, noch nicht ins Finanzrudel gehören. Das könnt ihr hier unten ändern, indem ihr auf den Abo-Button drückt. Ich kann schon nicht mehr reden. Ich würde mich super freuen, wenn ihr dem Finanzrudel beitretet und keine Videos mehr verpassen, die mir die Glocke betätigt. So, fangen wir mit dem ganzen Thema an. Wo kaufe ich im Prinzip meine Aktien am liebsten und was sind die Gründe, Vor- und Nachteile und was beachte ich jeweils, wenn ich halt entsprechend Aktien an einer bestimmten Börse kaufe? Einer der wichtigsten Gründe meiner Meinung nach ist das Handelsvolumen. Ja, und zwar funktioniert das halt so ein bisschen nach Angebot und Nachfrage. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine amerikanische Aktie an der Heimatbörse kaufe, und das ist jetzt zum Beispiel der New York Stock Exchange oder der, ja, oder sagen wir, es ist auch der New York Stock Exchange als Beispiel, dann haben wir entsprechend die Aktie dort gelistet als Heimatbörse. Dort ist sie kotiert und dort hat man in der Regel dann auch das höchste Volumen. Das bedeutet dann zum Beispiel, wir haben vielleicht direkt eine Million, zwei, drei, vier, fünf, sechs Millionen Kaufangebote, also und Verkaufsangebote haben wir dann auch entsprechend vielleicht irgendwie auch drei, vier Millionen, also eine extrem hohe Anzahl. Es kann auch mehr als nur ein paar Millionen sein. Und das heißt, das Handelsvolumen ist relativ hoch. Das heißt auch die Wahrscheinlichkeit, wenn man eine Kauforder platziert oder der Verkaufsorder platziert, dass da entsprechend die Order relativ zügig ausgeführt wird, wenn der Limitpreis erreicht wird. Oder wenn man einfach auf die aktuelle Marktlage setzen, wird es relativ schnell sogar praktisch sofort ausgeführt. Das ist einer der ersten Gründe, die ich mir dann anschaue, hey, ist das Volumen groß genug? Weil würde ich jetzt zum Beispiel dieselbe Aktie zum Beispiel an der Six kaufen, also an der Schweizer Börse oder an der BX Swiss, auch ebenfalls eine der Schweizer Börsen, wir haben ja hier zwei Schweizer Börsen, dann ist es natürlich so, dass unter Umständen das Volumen einfach viel kleiner ist und da es entsprechend einfach auch länger gehen kann, bis dir da was eingebucht wird oder allenfalls die Börse im Hintergrund dann sich sagt, hey, wir holen uns die Aktie einfach für dich und von der anderen Börse und da wird entsprechend auch so wie ein kleiner Aufpreis dann auch gezielt im Hintergrund und so funktioniert dann auch das Ganze. Das heißt, unter Umständen geht es dann halt auch einfach viel länger, bis die Order ausgeführt ist, vor allem wenn man verkaufen möchte oder kaufen möchte, möchte man vielleicht sofort jetzt kaufen zu diesem bestimmten Kurs, den man gerade sieht und das kann dann unter Umständen halt dann auch zu Situationen führen, dass dann die Aktie einem davonrennt, entsprechend vom Kurs her, weil einfach die Order nicht ausgeführt werden kann. Das ist so mal einer der wichtigsten Gründe meiner Meinung nach. Des Weiteren gibt es da auch noch den Währungsgrund und zwar ist es ja dann auch meistens so, dass wenn ich natürlich eine US-Aktie tatsächlich an den New York Stock Exchange kaufe, ist die natürlich in US-Dollar und die Dividenden, die ich dann dadurch erhalte, sind ebenfalls in US-Dollar und jetzt kommt so ein bisschen der tricky Part und zwar kommt es da immer je nach Broker oder Bank an, je nachdem und das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel kein US-Dollar-Konto habe, sondern nur ein Schweizer Franken-Konto oder nur ein Euro-Konto oder nur diese beiden habe und kein US-Dollar-Konto, wird die Dividende automatisch von der Bank oder dem Broker umgewandelt in die Hauptwährung, in meinem Fall Schweizer Franken. So, vielleicht möchte man das nicht, das heißt, man müsste dann theoretisch ein US-Dollar-Konto eröffnen, ja, dann wird die Dividende in US-Dollar eingebucht und man hat US-Dollar. Man kann diese US-Dollar einfach weiterverwenden für nächste Käufe oder entsprechend nicht sagen, hey, ich warte jetzt einfach, bis die Kurse besser sind, also die Wechselkurse und wechsel erst dann in Schweizer Franken oder Euro. Vor allem, wenn man dann auch größere Summen in Dividenden erhält, macht das vielleicht auch durchaus Sinn, das dann so handzuhaben, weil ansonsten immer der gültige Kurs beim Zeitpunkt der Dividende genommen wird und dann entsprechend dann auch umgewandelt wird. Das ist dann auch einer der Punkte, wieso man sich dann vielleicht entscheidet, hey, ich möchte jetzt die Aktie in US-Dollar halten an der Heimatbörse, weil, wenn ich jetzt zum Beispiel dieselbe Aktie an der Six handeln würde, zum Beispiel eine Apple-Aktie oder irgendwas anderes, dann wäre die auch in Schweizer Franken so gesehen in deinem Depot. Natürlich im Hintergrund ist immer noch dasselbe Unternehmen, macht ja keinen Unterschied, aber die Dividende ebenfalls, die wird dann einfach in Schweizer Franken ausgezahlt. Da hast du dann auch gar nicht mehr die Wahl, dass ich die Dividende dann entsprechend in US-Dollar haben möchte, sondern die wird mir dann einfach in Schweizer Franken ausgezahlt. Diese Umwechslung oder wie auch immer, das wird alles im Hintergrund geschehen und das sieht man dann so auch gar nicht. Das heißt, man hat auch gar keine Wahl mehr. Das ist dann auch einer der Punkte, wo ich mir sage, hey, da möchte ich lieber die Wahl haben und selber das entsprechend dann auch steuern können. Natürlich, es macht nicht wirklich einen sehr, sehr großen Unterschied, vor allem, wenn man anfängt zu investieren, auch bei meiner Depotgröße. Da ist übrigens dann ein Beitrag oder beziehungsweise eine Seite von meinem Blog verlinkt, da könnt ihr mein Depot genau anschauen. Und das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Da kommt es natürlich wirklich darauf an, wie groß auch dein Depot ist. Wenn du mehrere Millionen tatsächlich im Depot hast, macht es vielleicht durchaus Sinn, sich zu überlegen, hey, ich behalte dann die Dollar und wechsle die erst dann wieder zurück, wenn es einen guten Wechselkurs gibt. Und da kann man dann schon ein gewiss paar Hundert oder sogar auch Tausende von Franken sich dann rausholen, je nachdem, wie groß natürlich auch das Depot halt ist und wie viel Aufwand man da betreiben möchte. Das sind so die Hauptgründe, meiner Meinung nach, die für mich zielen. Das sind meine persönlichen Gründe. Darauf achte ich jeweils. Und ich experimentiere auch mit der Zeit auch so ein bisschen. Ich habe jetzt auch mittlerweile schon meinen ersten ETF, habe ich nicht an der sozusagen Heimatbörse gekauft oder dort, wo er halt standardmäßig kodiert ist, sondern auch über eine Schweizer Börse gemacht. Einfach mal, um das zu schauen, zu testen, wie das funktioniert, weil bisher habe ich tatsächlich nur Aktien oder ETFs bei der Heimatbörse gekauft. Und für mich ist das auch so ein bisschen auch Learning by Doing, weil ich kann es ja lesen, ich kann Videos drüber schauen und so weiter. Aber wenn ich es dann erst richtig sehe, wie es mit meinem Geld funktioniert, dann habe ich auch den richtigen Prozess verstanden. Das ist ja auch immer das, was ich predige. Ja, die Praxis. Ja, man sollte, auch wenn man Dinge gelesen hat, das in die Praxis umsetzen, so dass man das auch viel, viel besser versteht und dann auch den ganzen Prozess verstanden hat und erst dann kann man das eigentlich richtig verarbeiten und dann auch richtig für sich selber nutzen, meiner Meinung nach. Weil Wissen, das man weiß, ja, das man aber nicht anwendet oder benutzt, ist halt einfach unnötiges Wissen, das man sich angeeignet hat und das eigentlich niemand braucht und du selber eigentlich auch nicht brauchst. Deshalb ist es meiner Meinung nach etwas, das muss man immer wieder umsetzen, verwenden und so kann man dann mit der Zeit halt auch sehr viel lernen. Ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ihr seht, es ist ein neuer Hintergrund. Ich habe hier jetzt sozusagen ein neues Büro. Wir haben das Zimmer gewechselt. Das ist jetzt hier so ein bisschen das Schlafzimmer-Office, sage ich jetzt mal. Und da haben wir halt einfach mehr Platz jetzt im Wohnbereich. Ja, das war eigentlich so ein bisschen der Plan und ich kann mir hier so ein kleines Set aufbauen. Das ist auch vielleicht auch wegen der Tonlage noch besser, weil ich habe jetzt schon so ein gutes Mikrofon. Hier halte es dann auch weniger, weil es ein kleinerer Raum ist und so weiter. Und ich denke mal, der Hintergrund, der ist jetzt auch ziemlich cool und clean. Ja, das war mir auch immer sehr wichtig, oder dass ich einen cleanen Hintergrund habe. Das haben auch sehr viele Leute tatsächlich, haben mir geschrieben, dass die den Hintergrund mögen. Ja, der hat so ein bisschen, ja, etwas Minimalistisches an sich. Er zeigt so ein bisschen die Person, auch hier das Einhorn. Das mochten sehr viele Leute oder mögen sehr viele Leute hier noch mein Schwarzgeldsparschwein. Auf jeden Fall, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und vergesst hier unten nicht den Abo-Button zu smashen, ja. Und ja, für mehr Content gerne auf meinem Blog vorbeischauen. Da ist ja immer noch die 31-Tage-Content-Tallenge, genauso wie hier auf dem YouTube-Kanal. Hat bisher super viel Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschö, Leute. Tschö, Leute. Tschö, Leute. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. avored Friend tiver dropuser��. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. J insanely Baumann. Tschö, Leute.